hallo und herzlich willkommen zur vierten folge von am morgen so es lieb beim letzten mal ja haben wir auf dem spielplatz gespielt haben mussten dafür mussten wir also sind mir die erinnerung nicht gefunden und es war einfach nur schaurig dort ich bitte euch lasst niemals ein kind im dunkeln allein auf dem spielplatz spielen na gut die meisten vernünftigen von euch die ein kind haben die werden sowieso nicht tun ok wo sind wir jetzt was sagst du auch irgendwie jedes mal auch wenn du nicht unrecht hast ist das jetzt nur ein haus oder ein wald those floaty things they look like memories maybe the next one is behind those roots hmm Okay, wie komme ich da jetzt hin? Ich versuche es einfach mal hier drüber Nochmal, geht aber nicht Durchkrabbeln geht auch nicht Jetzt stecke ich hier irgendwo fest Ah, ich kann Hocker vielleicht nehmen Nee, ein Stuhl Der steckt auch fest, na super Irgendwas anderes Ah, der Stuhl scheint frei zu sein Wo soll ich, wo genau soll ich den hinstellen? Ich weiß da, dass ich es vielleicht so rüberspringen kann Nicht Wo? Muss doch irgendwie gehen Versteht mich, mal sehen Ah, da ist ich, Gott Okay War jetzt aber doch etwas schwieriger zu finden Ich dachte, ich muss da rüber Ah, so mache ich das Cool Was ist das hier für ein Ort? Okay Okay Wer ist das? Merkwürdig Ich sehe da hinten Ich sehe da hinten was Leider nichts, was wir brauchen Ich sehe da hinten Ich sehe da hinten was drauf Ich sehe da hinten Nichts Ich sehe da hinten Ich sehe da hinten Okay. Nee, da nicht. Wo ist denn das nächste Puzzletail? Okay. Hier ist nichts. Was ist das? Okay. Hier ist ein Hauspark. Okay. 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 Hm. Okay. 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 Jetzt zum nächsten und letzten glaube ich. Okay. 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 Oh, die Eltern streiten sich. Untertitelung des ZDF, 2020 Schon wieder das Vieh. Okay. Ja, das war es auch schon wieder mit der vierten Folge von Among the Sleep. Und wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst mir gerne einen Daumen nach oben da. Wenn nicht, dann eben einen Daumen nach unten mit der entsprechenden konstruktiven Kritik. Ihr könnt mir natürlich auch gerne schreiben, was euch gefallen hat. Und dann würde ich sagen, verziehe ich einfach mal die nächste Folge um eine Woche vor. Ausnahmsweise. Das heißt, statt den zwei Wochen Rhythmus, gibt es die nächste Folge ausnahmsweise mal schon nächste Woche. Und wenn ihr euch fragt, warum ist hier ein Titelbild von The Last of Us? Das Let's Play beginnt in wenigen Wochen. Die Aufzeichnung beginnt schon längst. Und ja, könnt ihr euch auf jeden Fall auch drauf freuen. Mit diesen Worten, bye bye. Bye-bye. Untertitelung des ZDF, 2020